Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich möchte mit euch heute mal ein bisschen über diese Karte hier sprechen, was ich so an Sammler-Tipps geben kann, was ich allgemein von der ganzen Aktion so halte, was Konami da mit der Verteilung gemacht hat und ja, das und vieles mehr. Darum soll es in dem heutigen Video gehen. Viel Spaß dabei! Treue Zuschauer meines Kanals konnten ja letztens miterleben, wie ich diesen Drachenmeister-Magier tatsächlich selber ziehe in meinem Geburtstags-Special. Und ja, ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, wie viel Glück ich eigentlich hatte. Das kam jetzt erst in den nächsten Tagen, wurde das einem immer bewusster. Ja, umso mehr Leute Displays geöffnet haben und Booster-Packs, daran konnte man dann ja auch so langsam sehen, wie selten diese Karte eigentlich ist. Und der ein oder andere Yugi-Tuber aus Amerika hat dort ja schon teilweise Hunderte von Packs geöffnet oder sogar Tausende inzwischen und ihn immer noch nicht gezogen, so dass man inzwischen, ja, die Zahlen ist immer relativ, aber man sagt inzwischen, in Amerika ist es zumindest so, dass man den Drachenmeister-Magier nur aller 100 Displays gefühlt zieht. Und das scheint auch in Deutschland ähnlich zu sein, weil auch da, ja, ist es so ein bisschen, ja, ein seltener Anblick, wenn den mal jemand tatsächlich zieht. Und da bin ich natürlich sehr stolz und froh drüber, über dieses Glück. Also vielen Dank an das Herz der Karten, an das Schicksal, wie auch immer, dass ich tatsächlich das selber mal erleben konnte, so eine wertvolle Karte zu ziehen. Und ich möchte aber heute natürlich einmal noch kurz so ein bisschen auf die Karte selber eingehen, auf die Kritik, die jetzt Konami entgegen hagelt und auch so ein paar, ja, Sammler-Tipps. Wenn ihr gerade in der Situation seid, diese Karte unbedingt haben wollt und, ja, so ein bisschen hin- und hergerissen seid, ob ihr jetzt so viel Geld ausgeben solltet oder warten solltet, da würde ich euch dann am Ende des Videos noch so ein paar Tipps an die Hand geben, die euch bei eurer Entscheidungsfindung eventuell, ja, gut beeinflussen oder halt, ja, etwas angenehmer stimmen könnten. Aber ich würde zuerst tatsächlich mal damit anfangen, mit der ganzen Kritik, die da entgegenkommt und was ich davon so halte. Also grundsätzlich finde ich es ja gar nicht schlecht, wenn Konami mal eine Karte wirklich sehr knapp macht und sehr selten, so dass man wirklich gerade aus Sicht eines Sammlers eine wirklich besondere Karte dann in der Hand hält. Das ist einfach ein tolles Gefühl, dann so eine seltene Karte zu besitzen. Und, ja, ich kann allerdings die Kritik verstehen, dass dann viele Leute sagen, das ist total, ja, doof für uns im TCG, dass wir die dann quasi gar nicht wirklich spielen können. Ja, gerade die Leute, die halt Blue-Eis-Decks verwenden, die hätten bestimmt mal Bock, auch diese wunderbare Karte einzusetzen, weil der Effekt ist ja relativ nützlich. Seine Negierungseigenschaften sind jetzt nicht ganz ohne. Allerdings muss man auch sagen, dass die Karte jetzt, glaube ich, nicht so meta-relevant ist, dass man, ja, jetzt jedes Turnier damit rocken könnte oder so. Also ich glaube, da ist diese Karte eher so im Mittelfeld anzusiedeln. Wie gesagt, ich spiele aktiv keine Meta. Da müsste dann mal der eine oder andere von euch drunter schreiben, wie relevant die wirklich ist. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der Hauptpunkt, der die nächsten Monate die Meta beschäftigen wird. Es ist eher wirklich so für, ja, wenn man mal so casual-mäßig das Ganze spielt oder sein Blue-Eis-Deck halt mal wieder rausholt, ist das eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Problem ist, sie ist halt nicht zu spielen, weil sie ist so selten. Und das Problem daran ist eigentlich, oder das Ärgerliche an der ganzen Sache ist, dass Konami in Japan diese Karte gleich in drei verschiedenen Raritäten rausgebracht hat. Oder sogar vier. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich konnte das jetzt nicht genau feststellen. Nur von dem, was ich es dann angeboten gesehen habe, habe ich halt gesehen, dass es mindestens drei Raritäten sind. Also sprich, in den ihren Set konnte man die halt in drei verschiedenen Varianten bekommen. Sprich, die höchste Rarität war natürlich sehr selten, aber die Ultra-Rare-Variante zum Beispiel, die war dann, das war schon möglich, die zu ziehen in ein paar Boostern oder in einem Display oder so. Also sprich, die Sammler konnten auf die seltenste Variante zugreifen und die Spieler konnten halt auf eine geringere Rarität zugreifen, womit eigentlich dann alle Seiten, ja, zufrieden sein konnten in Japan. Aber bei uns im TCG hat man es so gemacht, dass man die ausschließlich in Quarter Century rausgebracht hat, was dann natürlich für Verstimmung sorgt in der Community, kann ich auch voll verstehen, weil damit eigentlich alle auf der Strecke gelassen werden, außer halt die Sammler wie ich, die sich natürlich riesig darüber gefreut haben, obwohl ich auch eine geringere Rarität genommen hätte. Wie gesagt, als die Karte zum ersten Mal auftauchte, habe ich in den Yu-Gi-Oh-News ja auch gesagt, dass ich die von der Idee her absolut fantastisch finde, dass man hier halt den blauen ultimativen Drachen abgebildet hat und der Magier des schwarzen Chaos halt auf ihm reitet. Das ist eine coole Kombination, das ist ein super cooles Fusionsmonster, die Idee ist klasse, die Nostalgie, die hier rausstrahlt, ist klasse und es ist sogar vom Artstyle her richtig schön gezeichnet. Ja, es schwankt ja immer so ein bisschen zwischen sehr steif und so ein bisschen, ja, wie spielzeugartiges Zeug bis hin zu diesen fantastischen, wunderschön organisch wirkenden Manga-Artworks. Gut, ist jetzt nicht aus Manga, aber es hat diesen Flair irgendwie, ja. Also ich habe an diesem Artwork überhaupt nichts zu meckern und das ist so das, worum es mir bei der Karte ging, weswegen ich auch jetzt nicht Nein gesagt hätte zu einer geringeren Rarität. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ich die in Quarter Century gezogen habe, sieht auch fantastisch aus, habe mich auch riesig drüber gefreut. Aber man muss sich schon fragen, warum machen sie es in Japan so zugänglich und bei uns auf einmal lassen sie die Leute so ein bisschen im Regen stehen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es einerseits ganz cool, dass Konami mal eine Karte rausbringt, die wirklich knapp und sehr selten ist. Das ist einfach schön, solchen Karten hinterher zu jagen auch und davon zu träumen, die vielleicht mal zu ziehen oder irgendwie dann doch günstig mal zu bekommen. Andererseits ist es natürlich wirklich doof für jeden, der mit der Karte auch mal gerne spielen wollte oder der halt riesen Blue-Eyes-Fan ist und die gerne in der Sammlung haben wollte und das ist jetzt so ein bisschen, naja, in die Ferne gerückt. Aber der Preis ist ein gutes Stichwort, denn ich wollte mit euch nämlich auch darüber reden. Ich habe mit dem Yu-Gi-Oh! Sachsen die letzten Tage so ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat mich auch darauf hingewiesen, dass die Karte preisig plötzlich anfängt zu steigen. Ja, hier, guck mal, 300 Euro Wisches. Wo ich dachte, oh ja, ja, okay, das ist das, was Leifermenik auch schon mir gesagt hatte. Und als ich das Video machen wollte ursprünglich, ich habe da leider keine Zeit gehabt und konnte es erst jetzt machen. Und heute schaue ich wieder rein und dann ist der Preis wirklich explodiert. Und ja, ich sage mal so, 500 Euro muss man jetzt inzwischen berappen für diese Karte aktuell, was natürlich echt ein harter Brocken ist. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für jeden, der so ein bisschen Hoffnung noch hatte, die vielleicht etwas günstiger zu bekommen. Ich habe auch schon gedacht, als ich beim letzten Mal nachgeschaut habe, da konnte man die für 280 kaufen, hätte man da zugeschlagen. Aber wie gesagt, mir geht es nicht darum, mit den Karten Geld zu machen. Mir geht es wirklich nur um das Hobby an sich. Und von daher habe ich da auch nicht weiter jetzt rumspekuliert oder so. Ich habe mich einfach zufrieden gegeben damit, dass ich diese Karte wirklich gezogen habe, dass mir das Schicksal so hold war, das Herz der Karten mir da so beigestanden hat. Aber ja, das ist jetzt aktuell das Problem für viele Leute. Ich meine, bei einem dreistelligen Betrag sind, glaube ich, alle Spieler raus. Ich würde mir keine Karte, mit der ich spielen will, für 300 Euro oder 100 Euro holen. Das ist jenseits von Gut und Böse ganz klare Sache. Also da rate ich auch jeden von ab, wenn ihr wirklich mit der Karte spielen wollt, dann geht erstmal gerade gar nichts. Es ist natürlich doof, aber da kommen wir auch gleich zu meinem ersten Tipp oder zu meinen Yu-Gi-Oh! Weisheiten, die ich ja damals in meinem Tipps zum Yu-Gi-Oh! Sammelvideo, das ist auch sehr beliebt gewesen. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und da habe ich ja schon gesagt, das Warten bei Yu-Gi-Oh! lohnt sich. Und das wird auch bei dieser Karte sein, weil Konami macht auch ganz oft Reprints. Ich meine, die Rarity Collection 2 war ja schon, boah, das waren ja nur Reprints. Das fand ich ja schon wieder furchtbar als Sammler, dass da überhaupt nichts Neues dabei war, so wirklich. Und ich denke, dass auch diese Karte ihren Reprint bekommen wird, wenn wir diese so gar nicht so gar schon in der, was war das denn für ein Satz jetzt gerade, wenn wir die nicht so gar schon in der diesjährigen Tin bekommen, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass wir da diese Karte als Reprint bekommen, würde sich anbieten. Da gehe ich eigentlich schon fast von aus, dass ihr den dann dort nochmal abgreifen könnt. Da bin ich mir relativ sicher. Also das würde mich sehr wundern. Spätestens nächstes Jahr in irgendeinem Set wird er dann nochmal drin sein als Reprint. Aber ich denke, ihr könnt in dieses Jahr nochmal eine andere Rarität abgreifen, weil Konami wird auch das Feedback, denke ich, gehört haben, dass viele damit unzufrieden sind. Und da wird dieses Jahr definitiv noch ein Reprint bekommen. Dann könnt ihr euch den günstiger holen. Und das wiederum wird auch den Preis von dieser Karte etwas beeinflussen. Also ich sage mal so, ich glaube, die wird sich irgendwo bei 250 Euro irgendwann einpendeln. Weshalb als Sammler, ich sage mal so, ich habe immer so eine hohe Kante, wo ich dann 200 Euro drauflege, also nicht im Monat, sondern insgesamt, wo ich dann einmal im Jahr sage, jetzt hole ich mir diese seltene Karte ran. Was weiß ich, Karte XY. Und da gebe ich dann halt mal diesen Betrag auch dafür aus. Dafür habe ich mir das hier monatelang zur Seite gelegt. Und dann gehe ich auf die Jagd mit diesem Budget, was ich dann habe, diese Karte mir anzuholen. Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ist halt so. Aber bisher hat es eigentlich immer funktioniert. und auch ein paar Nächte drüber schlafen, bevor man so eine Kaufentscheidung halt wirklich trifft. Weil es ist am Ende des Tages wirklich nur ein Stück Pappe, ob man da einen dreistelligen Betrag für ausgeben muss. Ja, aber gut, ich meine, wenn wir jetzt das Hobby und das Sammeln an sich in Frage stellen, dann können wir es gleich komplett lassen. Das ist ja auch Quatsch. Ja, was kann ich euch denn so raten? Also Punkt 1 ist natürlich die Frage, muss diese Karte jetzt unbedingt im Deutsch sein? Muss sie unbedingt in Quarter Century sein? Gut, ja, dann könnt ihr aktuell nur schauen, dass ihr die Karte dann irgendwann mal für 200 oder so bekommt, irgendwo günstiger abgreift. Aber einen dreistelligen Betrag müsst ihr dann in Kauf nehmen. Das geht aktuell nicht anders. Wie gesagt, ich würde warten. Die wird definitiv noch günstiger werden. Spätestens, wenn ein Reprint kommt, wird hier so der Preis noch ein bisschen wackeln, denke ich. Gut, das war jetzt bei den DDS, also hier Blue Eyes aus Dark Dula Story und Dark Magician und Exodia, war das jetzt nicht unbedingt der Fall. Die sind nicht so sehr abgespeichelt worden durch ähnliche Prints, die dann kamen. bei den, die zum Beispiel der Dunkle Magier von Adidas, der als Promokarte bei den Schuhen dabei war, der hat kaum Einfluss gehabt auf den, den, den ursprünglichen Prismatic Secret, der Dunkle Magier. Aber ich denke, bei dem Drachenmeister Magier wird sich da noch was tun preislich. Der wird, denke ich mal, noch etwas weiter runtergehen. Ja, die nächste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist natürlich, wenn, wenn er jetzt, ja, nicht unbedingt in Deutsch und Englisch sein will, kann er auch in Japanisch sein. Ja, ich habe nämlich aus genau diesem Grund, weil es einen riesengroßen Unterschied beim Preis macht, habe ich ja letztes Jahr, oder war es dieses Jahr, ist ja auch egal, habe ich meine Sammlung auf jeden Fall für japanische Karten auch geöffnet, wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, das macht preislich teilweise so einen riesen Unterschied, ich hole mir die jetzt in Japanisch halt ran. Ja, das war zum Beispiel bei dem Dunklen Paladin so, ich hatte da überhaupt keine Lust, so viel Geld für den auszugeben, das war es mir einfach nicht wert, weiß ich nicht, das habe ich nicht eingesehen und ich hätte den im TZG nur in Secret Rare bekommen können oder auch in, ja, den gibt es auch in anderen Raritäten, aber nicht in meiner Lieblingsrarität, Prismatic Secret Rare. In Prismatic Secret Rare gab es den nämlich nur in Japan und da kostete er nur 5 Euro. Was mache ich natürlich? Hol mir den Prismatic für 5 Euro aus Japan. Ich kann damit leben, mir geht es in erster Linie um die Artworks, nicht um dieses Schriftbild. Es ist natürlich schöner, einheitliches Schriftbild zu haben, aber da sehe ich dann drüber hinweg, weil es preislich wirklich einen gigantischen Unterschied macht. Und genauso ist es nämlich auch bei dem Drachenmeister Magier, wenn ihr da jetzt sagt, der kann auch japanisch sein. Ja, wie gesagt, in Japan gab es 3 Raritäten und entsprechend, ja, einfacher war der zu bekommen und ich habe schon nachgeschaut, bei Ebay habe ich den teilweise für 2 Euro schon gefunden. Ja, in Japan bekommt ihr den für 2 Euro, zwischen 2 und 10 Euro, je nach Rarität. Klar, die Versandkosten kommen noch oben drauf, da sollte man vielleicht noch was anderes mitbestellen, damit sich das lohnt, aber auch der ein oder andere deutsche Anbieter, wo ihr dann nicht irgendwelche hohen Einfuhrgebühren, also keine hohen Versandkosten zahlen müsst, gibt es dann auch schon für 12 Euro, 17 Euro, habe ich schon gesehen. Da ist der Versand teilweise auch schon mit dabei. Also 500 Euro zahlen oder 12 Euro zahlen, das ist schon ein Riesenunterschied und genau das meine ich nämlich damit, wenn ihr mit japanischen Karten leben könnt, dann macht das. Hobbyliga hat das zum Beispiel auch gemacht, also wenn ihr mal eine japanische Variante sehen wollt, könnt ihr bei ihm mal reinschauen, er hat ein Short Video, glaube ich, gemacht, weil er auch gesagt hat, da habe ich gar keinen Bock drauf, mir geht es um dieses Artwork an sich, um diese Karte an sich, reicht mir auch in Japanisch, auch vom Preis her ist das so ein gigantischer Unterschied, da wäre ich ja dumm, wenn ich mir die nicht so ranholen würde. Wenn man damit leben kann, mit der japanischen Sprache oder Schriftbild, dann hat man da eine super Alternative und da kommt ja noch dazu, die japanische Kartenqualität, die ja wirklich viel besser ist und das gleicht es für mich dann meistens nämlich auch aus, dass man durch diese höhere Qualität, nämlich dieses japanische Schriftbild, gern in Kauf. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich da unbedingt erwähnen möchte, was das angeht. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, der muss nicht unbedingt ein Quarter Century sein, dann wartet, bis der Reprint kommt. Der wird kommen. Bin mir ziemlich sicher. Ansonsten, ja, diese drei Varianten gibt es. Einen fixen Betrag festlegen, wo ihr sagt, ich gebe maximal diesen Betrag aus und versuche diese Karte in den nächsten Wochen, Monaten zu bekommen. Das ist nicht gerade unwahrscheinlich, dass er nochmal vom Preis her sehr fallen wird. Oder ihr holt euch einen von den japanischen, sehen auch alle wunderschön aus, kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzuschauen. Oder ihr wartet halt, das ist dann die dritte Möglichkeit. Ihr wartet auf den Reprint. Da müsst ihr euch dann entscheiden, was euch da am liebsten wäre. Aber ich denke, das sind so drei Möglichkeiten. Das ist, da ist glaube ich, für jeden was dabei und ich konnte euch da so ein bisschen helfen, was die Entscheidungsfindung auch angeht. Weil was da aktuell preislich abgeht, das ist, ihr könnt sehen, hier für 200, im Schnitt so 270 ging der mal. Habe ich auch selber gesehen, dann im einen Tag, wie gesagt, 200 noch was und so weiter. Ja, preislich würde ich vielleicht auch noch erwähnen, kann man ja Konami auch nicht die Schuld geben, weil sind wir mal ganz ehrlich, die Preise, da sind eigentlich wir dran schuld. Wir, die Yu-Gi-Oh! Community, die teilweise diese Preise tatsächlich auch ausgibt, da möchte ich mich nicht von ausnehmen. Ich habe ja vorhin erzählt, wenn es eine bestimmte Karte gibt, die ich haben möchte, dann bis zum gewissen Preis gehe ich dann auch mit und bin natürlich dann auch Teil des Problems. Wenn wir jetzt alle die Füße stillhalten würden, würde diese Karte in einen sehr angenehmen preislichen Rahmen dann fallen. Aber ich glaube, das wird nicht so extrem passieren. Aber es ist schon echt krass, also dass diese Karte jetzt quasi so ein bisschen in derselben Liga wie die Starlight Rares mitspielt, das hat mich echt überrascht. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass diese Karte vielleicht auch nur 50 Euro kosten wird. Das ist tatsächlich der Betrag, den ich eingeplant habe ursprünglich für die Karte. Wo ich gesagt habe, für 50 Euro wird der, denke ich mal, aber mehr gebe ich nicht aus und ja, da hätte ich noch eine Null dranhängen müssen oder aktuell müsste man da jetzt eine Null dranhängen. Das war nämlich mein ursprünglicher Plan. Ich hatte das bei dem Short-Video bei Hobby Liga, glaube ich, auch drunter geschrieben. Ich schaue mal, was er kostet. Da habe ich mir so gedacht, wenn er halt mehr als 50 Euro ist, dann nehme ich auch den japanischen und fertig. Also ich hätte mir tatsächlich den japanischen Varianten auch angeholt, weil es mir wirklich nur um das Artwork geht, wie schon erwähnt. Und ja, wie gesagt, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht wissen, wie selten diese Karte werden sollte, wie hochwertig oder wie preisintensiv sie werden sollte. Und das ist jetzt der aktuelle Stand und das sind meine aktuellen Ratschläge. Kann ich nochmal kurz schauen, habe ich irgendwas vergessen von den Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe? Höchstens noch die Überlegung, ja gut, das wäre die vierte Variante, die ja der eine oder andere vielleicht noch von euch im Kopf rumschwirren hat, sich jetzt von dem Geld, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt 200 Euro, die ihr dafür ausgeben wollt, könntet, ob ihr euch dafür vielleicht Displays ranholt. Ja, so zwei, drei Displays, aber wenn der wirklich so selten vertreten ist, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr gering bei drei Displays oder vier oder fünf sogar, dass ihr den ziehen werdet. Also es kann passieren, dass ihr dann vielleicht auch mehrere hundert Euro ausgebt und dann habt ihr einen Haufen Karten rumliegen und habt den immer noch nicht. Also ich bin dann immer so ein Fan von der Sache, wo ich dann sage, bevor ich mir das Display hole und den nicht habe und einen Haufen Kartenbulks hier rumliegen habe und kein Geld mehr da, dann kaufe ich mir die lieber direkt, dann habe ich die Karte, die ich möchte und habe da nicht so viele sinnlose Karten rumliegen. Wenn dieses Set für euch jetzt insgesamt relevant ist, also sprich, das ganze, wie hieß es nochmal, vollständig, Battles of Legends, Terminal Revenge, das ist ja kein schlechtes Set an sich. Also da sind auch einige Karten dabei, wo ich auch gedacht habe, ja, warum nicht? Also das, die eine oder andere habe ich mir dann nochmal einzeln rangeholt weil ich jetzt nicht nochmal Booster kaufen wollte. Ich will ja mein Glück nicht überstrapazieren beim Kartenziehen. Aber wenn man nochmal so drüber schaut, da sind schon viele schöne Karten dabei, auch viele preisintensive Karten. Also sprich, ihr bekommt auch einen Teil eures Geldes wieder. Wenn ihr einen Teil braucht und den einen Teil dann verkauft, ist dann der Verlust vielleicht nicht zu groß, wenn ihr ihn nicht haben solltet. Also auch hier, Schwarze Sonne hat mich auch sehr begeistert, musste ich mir auch anholen. Da sind schon ganz paar Leckerbissen dabei. Also wenn ihr insgesamt mit dem Set was anfangen könnt, ja, dann kann man mal sich ein, zwei Displays davon ranholen. Dann lohnt sich das für euch. Wenn es euch aber wirklich, wirklich, wirklich nur um den Drachenmeister Magier hier geht, dann würde ich eher überlegen, den Einzelnen zu kaufen, wenn er dann sich preislich wieder etwas beruhigt hat und nicht mehr in diesem Preissegment unterwegs ist. Ich meine, ich bin kein Hellseher. Es kann natürlich passieren, dass der sich wirklich da festbeißt bei diesen 400, 500 Euro. Das kann passieren, aber wie wir ja schon gesehen haben, er war auch schon mal deutlich günstiger bei 280 und so weiter. Da müsst ihr dann halt abwägen. Also ich persönlich würde auf den japanischen zugreifen. Wenn euch das Set viel gibt, dann, naja, dann schlaft nochmal drüber oder überlegt es euch nochmal. Aber insgesamt, ja, würde ich aktuell die Füße stillhalten. Also ich würde definitiv erstmal warten. Warten, drüber nachdenken, nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann könnt ihr vielleicht eine etwas sinnvollere Entscheidung treffen, die ihr nicht bereuen werdet. Aber aktuell würde ich auf keinen Fall für 500 Euro kaufen. Das ist eine wunderschöne Karte, aber der Preis ist, glaube ich, wirklich gerade overhyped, gerade auch durch diese Tatsache, dass gerade viele Display Openings ohne den enden. Von daher würde ich sagen, wartet mal lieber ab. Genau, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidungsfindung so ein bisschen behilflich sein. Ich meine, klar, von dem Standpunkt her, von jemandem, der die Karte besitzt, ist das natürlich immer so ein bisschen leicht gesagt. Aber ich habe jetzt wirklich versucht, mich in die Situation hereinzuversetzen. Was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich ihn nicht gezogen hätte? Was hätte ich dann für Überlegungen angestellt? Und das wollte ich euch jetzt so ein bisschen mit auf den Weg geben. Und ja, ihr könnt es mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, ob der eine oder andere von euch ihn jetzt auch schon gezogen hat inzwischen. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich unterhalte mich ja gern mit euch und bin da eigentlich auch immer sehr hinterher, die Fragen zu beantworten, die kommen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann und sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.